Halli, hallo, hallo, liebe YouTube-Gemeinde und herzlich Willkommen zu die Saar auf Reisen Vlog 8 London 1 Wir fahren jetzt in den Urlaub Also langsam bekomme ich Angst, muss man echt mal sagen, weil wir warten jetzt hier und da draußen fliegen mal Flugzeuge hin und her und hin und her und das macht mir schon Angst, also was soll das nur werden Wir fahren jetzt in den Urlaub Hallo aus London und wir sind jetzt da und der Flug war, naja, die sah aus Dessau das erste Mal geflogen und ich muss sagen, die Brille blendet Und ich muss sagen, ja, okay, ich bin gewillt nochmal zu fliegen, ich muss ja auch, nämlich zurück Und ja, folgt mir doch einfach, wir bringen jetzt erstmal alles ins Hotel und alles, aber danach geht's auch in die Stadt Und ich muss sagen, ja, okay Bis zum nächsten Mal. 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 Und da kann ich euch, ich auch nur sagen, es lohnt sich wirklich einzuschalten. Tschüssi.